Dog Report Item. The Rumbling continues. Rocket, you see where that vent leads? Anything to get out of here. We should be prepared in case the beast tries to destroy this machinery. So, was ist die? Ähm... Hast du eine Filmreihe, die sie sehr mag? James Bond. We still need a way through. Hm... Where is that? Any idea why they need so many of these batteries, Rockets? Nope, but I know it's gonna suck for us. Dog Report Item. The future may be terrible. Ah, it's... Ah, it's a park. Ja, aber da fand ich die neun Teile... Godzilla? Auch die neun? Ja, hab ich... Also den ersten Teil fand ich gut. Godzilla 2. Nicht so. Und jeden King Kong hab ich noch nicht. Ah, das ist sicher witzig. Oh. Hör, guten Tag, Sie Otto. The Unifier has detected an intrusion. Spread out. It will be contained... By her will. Move! There's too many of them! In the hall. Jump! Still don't get why you jumped after the kid back then. Top ten dumbest things I ever saw you do. You should have seen how worried he was. Hey, Star Pants was our ticket with the captain. I was worried his death would lead to more jail time. Es war so schön. Ich liebe dich alle. Ok Groot, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir müssen den Tunnel auf der anderen Seite gehen. Was ist das? Warum? Ich bin ein paar. Nichts. 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 Warum? Ich bin ein paar. Da sehe ich. Von hier. Also so ein Monsterfilm. Ich bin sicher, dass das richtig ist. Ich bin sicher. Alles war auf Feuer letzte Mal. Ich kann das nicht passieren. Nein, Rocket, nein! Das ist nicht ein Stück von der Uniflyer? Uniflyer. Ja, egal. Als wir geteilt haben, haben wir gesagt, dass Raker geteilt für das gleiche, was wir gemacht haben. Nicht genau das gleiche. Er wurde geteilt in der Quarantin-Zone in der Quarantin-Zone. Ich glaube, er sagt etwas über Fisch für ein Gott, ich glaube. Der Kind der Deity inhabits die Quarantin-Zone. Der Kind der Deity, der wahrscheinlich bleibt Quarantin-Zone. Ich wusste nicht, dass du und die Mädchen so weit entfernt sind, Peter Cliff. Ich habe nicht fallen. Ich kam. Heroically. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Du hast das, Groot? Ja. Ich wusste nicht. Mora. Du kannst uns hier helfen? Ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht, Karelle und Nikkie. Ich wusste nicht. Ich wusste nicht. Also, wir alle sagen, dass der Kapitän und seine Kinder wahrscheinlich sterben sind, nicht? Karelle überlebt hat das Schmerz des Krieges, und eine Beziehung mit Peter. Ich weiß, dass sie nicht überlebt haben. Du wager auf, ob es eine Mutter und Kind sind oder sterben sind. Nikkie ist eine der größten Kinder, die ich noch nie gesehen habe. Und Karelle ist ein Krieger. Ich beteide auf sie beide jeden Tag der Woche. Bez Man wird noch was, sondern sich nicht auf Traum hören, sondern etwas besonderesets. Was ist es zuvor auf dem Kopf lächst? Mal das. Nee. Was soll es das? Das wird funktioniert. Hier doch. Gut. Heißt alles, dass Nova Korpor laufen? Ja. Oh. Wie ist das? Auf jeden Fall noch viel Spaß. Als du schon weg bist. Ich glaube nicht, dass du sie gesehen hast, Nicky. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Das ist ein Schmuck, Gringas. Das ganze Land ist ein Schmuck. Ich bin sicher, dass es ein Weg gibt, um... diese Pfeifen zu spüren. Es sollte sein. Weil es keine Art, dass ich durch das. Was für deine Magical Ice-Weapon, Peter Quill? Vielleicht du möchtest, die Verletzungen zu verletzen? Glorios! Da! Ah, mehr Gäste! Vielleicht Nicky und Korrell es benutzen, um sich zu schützen. Oder, und... Hör mich auf das. Vielleicht sind sie sterben. Tension ist palpable. Peter! Welche Partie der Verletzungen nicht versteht? Der Rumpf zu spüren. Oder Kontraxia. Der Rumpf. Der Rumpf. Der Rumpf. Was ist das? Nein. 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 Niemals noch. Nein. Ja, ich bin auf. Sie sind sicher, dass dies der richtige Weg ist? Eben Sie, Peter. Wenn Nicky und Karel wirklich sind... Sie sind nicht. Ich sage nur, dass wir bereit sind für alles. Sie sind nicht. Okay. Die Sachen sind sicher, dass Sie einen Faktoren finden haben. Nein. Nein, nichts Waktoren zu machen. Es gibt noch keine Begräufe von Nicky und Karel. Sie sind sicher nicht in der Gefahrung von Niki. In der Nähe des Gefahrung der Sünfte, Katathien sind in der Frucht zu konzentieren. Katathien sind die Kräuter zu fokus auf das der Zeit. Ich werde das in Ordnung halten. Ich fand hier zufrieden. Jawohl. So, any new ideas on what the oversize vacuum is actually doing and contract you? A few. None of them good. A few. None of them good. A few. 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 Oh, here weiss toch some. A few. 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 Niki's secret hideout is just through here thought we were going to the captain's office. We are right after we check here Try not to break anything this place means a lot to her. Oh wow Didn't Nicky paint all this pretty cool, right? Nicky Little one reveal yourself. Maybe try being a little less scary. It's Peter Pirate Come in handy. Where'd you get a Nova passkey? Careful Peter Quill in my experience children often booby trap their toys. It's not Nicky's it's mine So we're just claiming our stuff now because if we are no, I mean it literally used to belong to me Quill you gotta see this This kid's obsessed with you wait, why does she have your toy? It's just something I gave to Corral when we were together during the war like a keepsake It doesn't mean anything does this mean anything? How old is the child? Twelve ha Congratulations Peter Quill you will make a terrible father Unless the child is dead in which case it does not matter. What wait is this why you dragged us here clearly? Child is 12 and Quill was with the child's mother 12 years ago. The math is irrefutable This doesn't prove anything the dates mashup. So what it's not how paternity works. I kind of is Was Corral ovulating at the time? I don't know if we thought we were gonna die Hi, can we just focus on if Corral and Nicky are okay? They're clearly not here. So let's move on and keep looking Anyone else feel weird going through Nicky stuff like this? Can't let him go here. Is he good or bad? Big dumb kid I think so You're cool is her father. It is his duty to pry into her personal life Pretty sure she ain't here Quill For all we know, maybe this guy's her dad. Yeesh looks like an even bigger deadbeat than you Still can't get over how good she is with all this tech stuff Staring at it ain't gonna change what it says Guess Nicky wasn't much of a scrawl fan name someone who is a scrawl fan I'm thinking Nicky won't mind if we use this. What do you say rocket? I say I don't care even if she does mine One fine tech upgrade hot and fresh Okay, where were we? Congratulating you on being a father Should be a way to Krell's office through those pipes on the left. Yeah, I see an opening could be there's a latch on the inside Allow me our dad. Ha 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 I get it Guys we not make light of all this still don't know if they're okay I am capable of feeling concerned while still laughing at you Peter Quill Ditto Where can I get the lights on? This has... Oh here I have a rocket What is that? Ich muss mich sagen, Quill, die ganze Zeit ist ziemlich beeindruckend. Die Art, wie sie sie die Terminale auf die Schmerzen der Gericht? Ich hab's gesagt, sie ist ein Kind. Vielleicht Peter Quill hat diese Kindheit nicht so gut gemacht. Ja, ich kann das sehen. Sie ist einfach nicht so gut genug. Vielleicht wird sie alles aus der Mutter. Okay, Drax ist sicherlich auf etwas zu. Also, wir gehen alle einfach in das. Das ist ein Kind. Der Nicky ist zu smart zu sein, deine Daughter zu sein. Alles was es braucht, um davon rauszukommen. Du wirst wirklich einer dieser Vater sein? Nein, das ist nicht was ich... Ich weiß nicht. Punkt ist, niemand von uns wissen. Das ist der Elevator, den ich mit Corell und Nicky nahm. Wenn wir glücklich sind, vielleicht sind sie jetzt auf dem Weg. Wann haben wir immer glückliches? Vielen Dank für deine Freundin. Das scheint nicht glücklich zu sein. All das ich weiß, ist, dass ich wirklich in diesem Elevator beginne. Nein, ganz schön lange. Ich bin sehr erregend. Vielen Dank, dass du deine Freundin kennenzulierst. Es war nicht glücklich. All ich weiß ist, dass ich echt schwachen! Ich bin wirklich und nervös Anytime mit dem Elevator... Dieapa haben wir schon wissen, dass Peter Quill ist mein Vater für ihr? Ich das ehrlich gesagt habe nicht egal, was ich denken. Was? Für den Räckern, ich habe diese Führung für uns aus der Jäu, nicht weil ich dachte, dass er ... in der Home war. Alles was du sagst, Gwell. Sieht wie wir für ein Check-In mit Cosmo haben. Definitiv fühlen wir, dass wir neue Dinge finden. Ich kann nie sehen es kommen. Wie soll ich wissen, dass er gut ist? Wer ist das Problem? Wer ist das Problem? Wer ist das Problem? Was? Willst du jetzt anfangen? Wir sind gut, Peter. Wir wissen, wie wir kämpfen. Ich weiß, ich ... Wir finden sie. Keine Angst. Du sagst, dass die Karelle auf die Oberfläche ist? Ja, wir müssen uns auf den Weg gehen. Gäste Schäufe! Ich bin Groot. Oh, ja, er ist definitiv gestorben. Was soll man sagen? Er hat die Emotivität der zwei Jahre alt. Sie sprechen von Peter Quill? Obviamente. Ich werde Sie wissen, dass ich super Emotiviert bin. Aber sicher. Aber sicher. Dog Report Item. Wir sind verloren. Wir sind nicht verloren. Dich sind verloren! Wieso gemeint? Ich habe es gesehen, da war ein Stück Viertel. Das ist nicht verloren. Wir müssen wir auf den Weg gehen. Wir müssen aber auch alle, die Duart auswenden. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wir müssen die Unterrichterung. Wir müssen uns überwinden. Wir müssen die Jungsbericht Daten und überwinden. Was haben wir uns für die Jungsbericht? Aber ich habe nichts. Was ist das? Es ist die Essens, der Vaterland. Das sieht nicht gut aus. Es gab eine Herausforderung hier. Ja, das ist das, was ich reagiere. Ich reagiere selbst. Das sieht nicht gut aus hier. All we know ist, dass es ein Kampf gab. Wir wissen nicht, wer gewonnen hat. Ich bin sicher, dass ich weiß. Also, wo ist dieses Geschäftsfluss? Es ist hier irgendwo. Der Ort war nicht so schlecht. Wenn in der Angst, folgen die Stench des Todes. Vielleicht sollten wir nur jemanden fragen. Ich bin gut. Hey, ich kann mich für die Hilfe. Help me be done with this stupid mission. There. See? Ah, looter. Auch nicht schlecht. Hallo? Karell? Nicky? Ja, das ist nicht falsch gemacht. Es sieht aus. Es fühlt sich aus. Vielleicht sind sie schlafen. Es gibt immer verrückte Schriftungen auf der Wand. Ich versuche, sie in ihre Computer zu kommen. Mal sehen, ob ich meine Kriminelle historie kann. Schrauben! Ich versuchte. Ich werde sie auf ihre Logiteiten. Willst du wissen, was hier passiert oder nicht? Das ist gut. Wir werden die resten von uns schauen. Vielleicht haben sie eine Schrift oder was. Die Schriftungen sind Kriminelle. Das heißt, die Mutter kennt die besten. Rückwärm, hope, promise. Nicky? Die Schriftungen sind sicher, Peter Quill. Ja, das sieht nicht gut aus. Ah, sehr gut. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Ich brauche Zeit. Alles klar, lass mich wissen. Du bist wirklich fokussiert auf dem Essen? Der Mysterium macht mich fach. Hey, save mich etwas, will ich? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Die Kree-Könsel hat eine Beweise von Nicky's Herzen, unter die Kree-Purität-Laws. Was ist das Kree-Purität-Laws? Was ist das Kree-Purität-Laws? Karell nie hat das auch gesagt. Die Kree sind extremst rechtlich über ihre Blüte. Das sieht nicht gut aus. Für dich? Nein, für Nicky. Was sind die Kree-Kree? Was sind die Kree-Purität? Die Kree-Purität nicht kriptisch. Wenn sie jemanden schützt, sie sicherlich alle wissen. Karell und Nicky werden die Kree-Purität von der Kree. Was? Das ist die erste Kree-Purität. Ich weiß, dass sie oft über ihn gesprochen hat. Er war auf Haller, richtig? Wenn die Schiitari... Ja. Sie Kind und ihr Mann. Er erklärt sich, wie gefährlich sie war während der Kree-Purität. Sie hat nichts zu verlieren. Ich weiß, dass Nickel-Kreeier was. Doch. Ich weiß nicht, dass ich das gemacht. Ich bin gut. Ich weiß nicht, dass ich das mache. An die Mache mache. Eine Art Kree-Machin. Ist das normal, dass Kree eine Kree-Purität schlrzen? nicht, ob sie etwas schütteln. Das ist ein Bild. Aber etwas ist nicht so schlecht. Was heißt, dass sie etwas schüttelt? Ich weiß nicht. Es hat sich nicht so gut geblieben. Ich weiß nicht. Was die Frau der Dage der Böden auf den Dokumenten? Wie ist das mit der typischen Kree gestation? Ich wirklich nicht weiß. Oh, wow! Wow! The Kree have comic books? Okay, I'm in. But I got bad news, lover boy. What did you find? Come here and I'll show you. What did you find?